Also mein Name ist Joach Bolsch, ich bin A Co-Trainer hier im Verein und B im Vorstand vom Sportbereich der NWC. Ich bin seit 1974 im Verein, habe in der Jugend begonnen. Zweite Familie, schöne Freizeitbeschäftigung, nette Freunde und Spaß am Sport und Spaß an der Gemeinschaft. Grundsätzlich sind wir heute zufrieden mit dem Spiel, wir haben zwei Punkte genommen. Wir hätten natürlich können den Abwehr etwas besser stehen, aber wir haben gewonnen. Wir wollen so lange wie möglich erfolgreich gut mitspielen. Wir wollen halt eben die, die oben stehen, noch ein bisschen ärgern und hoffen, dass klappt. Ich bin zum Handball gekommen durch meinen Vater, der auch Handball gespielt hat. Und ich fand Handball immer spannend, schnell und intensiv. Ich glaube, da gibt es sehr viele schöne Momente, die man erlebt hat, die sportlicher Natur sind. Und dass man das eine oder andere Spiel gewonnen hat, gegen den Abstieg war oder wir Meister wurden. Aber ich glaube, das schönste ist der Moment, wo man mit den Jungs, die man heute seit über 30 Jahren kennt, immer noch zusammen ein Bier trinkt. Und ich glaube, wir haben den Stammtisch, da ist halt eben noch eine Freude dabei. Ich hoffe, dass der Sport weiterhin so schön bleibt, wie er ist. Spannend, intensiv und hoffe, dass noch viele Jungs und Mädels den Weg zu uns in den Vereinen finden und dasselbe zu erleben, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und dass wir halt eben sportlich weiter auf dem Niveau mitspielen können und auch anderen Leuten Freude geben können.